Es ist ein geiles Gefühl. Ich habe es auch schon mit dem FZ erlebt, auch schon in der Champions League. Aber für jeden Spieler ist es speziell. Ich denke, man trainiert und trainiert das ganze Jahr genau für solche Spiele, dass man europäisch spielen kann und nicht am Mittwoch oder Donnerstagabend vor dem Fernsehen zu Hause sitzen. Ich finde die Spiele am Tag, vor allem vier vor zwei, nicht so gut. Ich spiele lieber am Abend, auch von der ganzen Stimmung her, gut Licht und alles drum und dran. Das ist für mich einfach die beste Stimmung. Das ist sicher auch eine Möglichkeit, weil es eine grosse Bildfläche ist. Viele Leute schauen das. Vielleicht wird man auf den einen oder anderen aufmerksam. Ich denke, in dieser Saison haben wir auch bewiesen, dass wir eine starke Mannschaft sind und gegen jeden mitteilen können. Wir gewinnen fast jedes Spiel einen anderen Tag. Aber wir wollen uns zeigen und auf dieser Ebene beweisen. bis zum nächsten Mal wieder einmal in die Party Snyder Omega. Und jetzt hab ich über das Tier. Ich weiß, gar nichtșu� stylic interwelimited.